Ich werde bedroht von mehreren Leuten, die haben geschrieben, sie wollen mir den Schwanz in den Popo stecken. Wir haben das Problem mit den Schwarzen, die kommen da hin und machen Ficky Ficky. Let's stay. Sie sind beschimpft, die Türke jagen mich und die mich zusammenschlagen. Ist das Ihre Ernst? Ja, ist meine Ernst.